Hier, hi. Hi, ähm, Dinosaurier, komm mal mit. Ich will der Hase sein, ich nehm gleich den Hasen. Ja, ich will dir nur, wenn ich den finde, den großen, wo ist er denn? Das Mammut ist ganz geil für den Endkampf. Mhm. Oh, das ist Ägypten. Wo ist der Dino-Kopf? Hast du den großen Dino-Kopf schon gesehen? Nee. Ist der oben? Wenn du einen großen Tyrannosaurus-Rechs-Kopf siehst, sag Bescheid. Bedenkt dran, wir müssen uns gleich mal verstecken. Mhm. Okay, ich find die nicht. Loll. Ah, hier hab ich ihn. Okay. Loll. What? Der ist aber wurde geschlossen. Die haben sich gerade umentschieden zu spielen. Na gut. Passiert, ist nicht schlimm. Neue Suche, neues Glück. Oh man, Dino ist einer dran, sagt Tax. Ja, den kannst du nicht runterholen. Es gibt einen saurier Schädel vom Rex. Wenn du da reingehst als Geist und du spammst die rechte Maustaste, dann hüpfst du nach vorne und beißt die ganze Zeit zu. Das Ding hat mich letztens mega erschreckt. Ich hab den Herzinfarkt meines Lebens bekommen, als das Ding um die Ecke geschossen kam. Der ist nicht ohne. Okay. Oh, wir sind in eine schon begonnene Runde. Oh. Okay, ist nicht schlimm. Wir haben nur 13 Sekunden weniger zum Verstecken. Das ist okay. Das ist okay, das ist noch machbar. Finde ich. Ja, das geht noch. Ja, denke ich auch. Ich denke auch, dass das machbar ist. Ja, ich bin immer so unentschlossen, was ich sein will. Ich bin diesmal im Mülleimer. Finde ich cool. Aber das tut weh. Das Klavier. Ich bin in der Pappgäste. Oh, ich bin auch ein Eimer. Ich hab mich grad umentschlossen. Was ist das? Was ist das? Oh, sie sind hier. Oh. Oh, einen haben sie schon. Oh, okay. Ja, haben sie direkt eingesaucht. Schade. Als wäre ich jetzt hingegangen. Hätt sie bloß zu holen. Die kommen hier zu mir? Ja, die sind bei mir. Einer. Ja, die haben mich gesehen. Oh, fuck. Alter, was hab ich denn heute für ein Glück? Der Sniper hat mich vom Balkon geholt. Echt? Ja. Oh, ich muss gleich umswitchen. Ich... Ich... Ich bewegen. Fuck, der wartet hier, der Sack. Bist du? Nein. Come on. Lauf weiter. Ich laufe. Oh, oh, oh. Wie ist los? Oh, Harpune. Das ist ja mies. Gehen Geisterformen, schlag zu zur Not. Dann machen wir gerne. Ach, nee. Voll erst um die Ecke. Schade. Ja, wenn du in der Kette bist, ist es immer das Einfachste. Du gehst in die Geisterformen und schlägst zu, weil du kannst eh nicht weg. Macht Schaden dann. Ach so, okay. Das meinst du. Also aus dem Objekt raus, dann ist das Objekt zwar weg, aber du kannst halt zuhauen. Ja. Dann hast du zumindest eine Option, die Geisterjäger davon abzuhalten, ne? Ja, mei. Da muss ich jetzt mal drauf kommen. Da hinten. Ja, okay. Unser Mate ist ein Alpha und Beta Tester. Der spielt schon seit einem Jahr. Siehst du das? Der hat das Emblem da drüber. Alpha und Beta Tester hier. Ja. Alter, was ist der? Ist der ein Amiga 500 oder was? Ja, ist es. So gut, ne? Kommt von hinten, oder? Vorsicht, da kommt jetzt einer hoch. Der Sniper. Alle gefreezed. Oh, der wird knapp, Mann. Ich bin schon hinterher, damit ich den hier freeze, wie sonst was. Schade, Herr Ding. Ich muss sagen, das ist doch ein Spiel, was mir Spaß macht. Ich bin schon hinterher. Ich bin schon hinterher. Ich bin schon hinterher. Ich bin schon hinterher. Ich habe einiges vor. Ich glaube, da gibt es keinen Outdoor, den die nicht lieben. Der hat ja noch keinen Ausschlag. Oh, doch hier. Hier ist gelb. Ja, gelb ist noch nichts. Gelb heißt nur im Raum. Ja, ja. Du musst suchen, wo rot wird. Oh, ich habe rot hier. Ich habe rot, der Eimer. Wie markiere ich denn? Bei mir ist es, ich habe es mir auf eine Daumentaste gelegt. Der ist nach oben weg. Der ist hier hoch, wirst du? Ja. Uh. Musst du gleich mal gucken. Also ich habe es mir auf eine Daumentaste gelegt, weil es einfach schneller ist. Hey, jetzt musst du wirklich sagen. Hier oben ist nichts mehr. Oh, ich bin fast wieder im roten Bereich hier unten. Musst du mir einfach den Gegenstand nennen. Ich markiere für die Runde, falls du... Ja. Ich knofe gerade nicht. Ist irgendwo hier im Müll. Irgendwo hier. Ja. Oh, wiederbeleben. Nee. Arvin. Leute, hier wurde unser Mage getötet. Wir können ihn nicht wiederbeleben, bevor wir den Geistern haben. Alter. Der ist unsichtbar raus. Wir sind zu zweit. Oh, die Tonne, ey. Arvin. Jawohl. Wir können unser Mage wiederbeleben, glaube ich. Nee, können wir nicht. Ja, weg. Ja. Oh, der war direkt vor mir. Ich bin tot. Scheiße. Oh, mein Freund, du nicht. Gib Vespos Seele her. Oh, Seele verzehrt. Jo. Nein. Wo ist unser Mage? Da rennt irgendwo hinter an der Bühne rum. What the fuck? Ist der doof? Ey, der Geist ist hinter ihm her. Beide sind jetzt da. Okay, unser Mitspieler war gerade komplett. Also. Ich würde einmal die Lobby verlassen, die nächste da rein. Bei denen können wir nicht. Das ist ja grauselig. Das ist so einer, der spielt alleine. Der achtet auf nichts. Ja. Leider. Leider, leider, leider. Kei, ja. Ja, da. Untertitelung. BR 2018